Mein Name ist Susanne Juli und ich fahre seit zweieinhalb Jahren nach einem schweren Unfall wieder Fahrrad und ich bin aus sportlichem Ehrgeiz hier und aus Spaß am Sport und es ist eine Ehre hier zu sein. Ein gutes Gefühl auf einem Festival Fahrrad zu fahren. Mein Name ist eine sehr gute Fahrrad zu fahren. Sie haben einen schweren Fahrrad zu fahren. Ich habe meine Fahrrad zu der Fahrrad und ich bin mit der Zeit zurückgezogen. Ich bin sehr glücklich und ich habe mich mit dankbar.